So, hier ist eine Frage aus dem Retreat von Dr. Joe Dispenza und zwar, die wurde in Berlin gestellt und betrifft die Energiezentren und wie die Energie dort freigesetzt wird. Er holt aus mit der Antwort auf diese Frage und geht auf das Bewusstsein ein. Es ist das Bewusstsein, indem du es tust. Du könntest essen. Ja, lasst uns über das zweite Energiecenter sprechen. Wir kommen dann noch zu dem ersten Energiecenter. Keine Angst. Ich spare mir das auf, sodass ich deine Aufmerksamkeit habe. Also, weißt du, wir hatten eine Klinik in Amerika. Wir haben mehr als 100 Leute am Tag durch unsere Klinik, unser Spital am Tag durchbewegt. Und viele Ärzte im Umkreis haben ihre Patienten zu unserer Klinik geschickt, weil wir uns um chronische Krankheiten gekümmert haben. Und chronische Krankheiten erfordern eine Änderung des Lebensstils. Akute Krankheiten, also wie zum Beispiel ein Knochenbruch. Und die Schulmedizin funktioniert wirklich so gut für diese akuten Krankheiten. Aber chronische Krankheiten, nicht viele Leute möchten sich damit beschäftigen. Weil du wirklich andere Entscheidungen treffen musst. Und du hast drei verschiedene Arten von Stress. Körperliche, chemische und emotionalen Stress. Und diese drei Arten von Stress, die musst du ausbalancieren. Du musst mindestens drei von diesen Bereichen in Ordnung bringen, bevor das dritte sich auch ausbalancieren kann. Wenn du also mehr chemische Balance erreicht hast und mehr körperliche Balance erreicht hast, dann kann es eintreten oder dann tritt es ein, dass du auch emotionale Balance erreichst. Oder wenn du mehr emotional ausbalanciert bist und mehr chemisch ausbalanciert bist, dann tritt auch emotionale Balance ein. Also arbeiteten wir mit diesen Krankheiten. Aber wir hatten viele Leute, die in mein Büro kamen, die hatten so viel Widerstand in Bezug auf ihre Ernährung, auf ihr Essen. Meine Ich esse gesund, die haben es wirklich ein bisschen übertrieben. Aber das waren genau die Menschen, die alle die Gesundheitsprobleme hatten. Dabei sollten die doch die Gesundesten sein. Und trotzdem, viele von denen waren die Krankesten. Und warum? Weil unter ihrem Bedürfnis, alles zu kontrollieren, inklusive ihrer Ernährung, ihres Essen, dieser große Anteil an Widerstand und Angst, zwar Angst, nicht perfekt zu sein. Und wir könnten denen alle möglichen Medikamente abreichen oder ein gesundes Essen mit ihnen zu uns nehmen. Aber das würde nichts verändern, weil da ist ein tiefer liegender Zustand, ein Programm, das diese Leute bestimmt. Und dieses Programm hält sie davon ab oder hält ihren Körper davon ab, das Essen richtig zu verarbeiten. Und im Zustand von Angst und Widerstand verschließen sich die Zellen, weil du im Überlebensmodus bist. Also die Zellen nehmen nichts auf, sie stoßen nichts ab, also sie arbeiten einfach nicht richtig. Weil unser Körper einfach nichts von all dem tut, wenn wir im Überlebensmodus sind. Zelle ist einfach ein kleines Paket oder eine Batterie, von der wir leben, aus der wir Lebensenergie ziehen. Und wir haben irgendwie 70 Trillionen von diesen Zellen. So, wenn das zweite Energiezentrum außer Balance ist, nicht balanciert ist, und die Person eine Mahlzeit zu sich nimmt und sich Sorgen macht über das Essen, das sie zunehmt, und Urteile fällt über das Essen und alle die Qualität des Essens beurteilt. Und dann ist es logisch, dann macht es Sinn, dass wenn du mit diesem Bewusstsein isst, dass du eben die Nahrung nicht verdauen kannst. Also kannst du auch dieses zweite Energiecenter nicht so nutzen, wie es genutzt werden sollte. Also denk mal über Daphna. Warum beten Menschen beim Abendessen oder auf dem Abendessentisch? Warum nehmen sie sich einen Moment Zeit, um sich zu bedanken für das Essen? Dankbarkeit ist der ultimative Zustand von Empfängnis. In diesem Zustand der Dankbarkeit stellst du dein vegetatives Nervensystem an und dann schaltest du eben das parasympathische Nervensystem an. Also dein Parasympathikus wird angestellt. Und dein Körper ist in einem perfekten Zustand, um zu essen. Also schmeiß ein bisschen Liebe auf den Tisch. Gott kommt zusammen, um zu feiern, sich zu freuen, zu sprechen, sich miteinander zu verbinden, füreinander zu interessieren, um all diese Dinge zu tun. Und in diesem Bewusstsein des Verzehrs ist es einfach so eine viel bessere Art und Weise, sein Essen zu verdauen, als in jedem anderen Zustand, als auf jede andere Art und Weise. Das heißt natürlich nicht, dass du die richtige Auswahl an Essen treffen sollst. Aber da ist ein Element des Bewusstseins damit verbunden, das eben genauso wichtig ist, wie das Essen, das du zu dir nimmst. Und du könntest die erfolgreichste Person in der Welt sein und immer noch so gefangen sein in deinem Ego und so gefangen zu sein in deiner Wichtigkeit und in deiner Macht, dass genau das Gleiche passiert. Du bist die absolut unglücklichste Person in der Welt. Und du weißt nicht, wie man liebt. Weil eben Energie in diesem zweiten Center steckt und versteckt ist. Und jetzt lass uns zu dem ersten Energie Center gehen, weil du ja auch gefragt hast. Wenn du also gesagt hast, du möchtest Energie mit einer anderen Person austauschen, wäre es in deinem eigenen besten Interesse, das aus einem Zustand, aus einer Haltung der Liebe zu tun, anstatt es aus einer Haltung oder eines Zustands der Lust zu tun. Weil sonst würdest du einen Sex-Hangover haben, wo du dich eben so fühlst, als sei deine Energie von dir weggezogen worden. Aber das ist nicht das, was wir hier suchen. Weil das ist nur einseitig. Aber wenn zwei Menschen zusammenkommen, die Energie geben und austauschen, dann ist es mehr ein Zusammenkommen. Und wenn sie eben Liebe als Intention oder Absicht dahinter haben, was sie tun, dann wird eben dieser Akt des Sexes unglaublich. Das heißt natürlich nicht, dass du das dreimal am Tag machen musst. Vielleicht in den ersten paar Wochen, aber dann wird sich das Ganze schon ein bisschen beruhigen. Aber du wirst es schon herausfinden, denn es gibt ja mehr im Leben als nur das. Aber sicher entsteht dadurch viel mehr Balance. Und wenn du dich dafür entscheidest, das zu tun, es war mit jemandem das zu tun, der ähnliche Energie hat, und auch ähnliches Bewusstsein hat wie du. Und so können eben wirklich zwei Menschen zusammenkommen, die diese gleiche Energie, diese gleiche Information austauschen. Und das frei werdende Energie, wenn es zum Orgasmus kommt, das ist reines Bewusstsein, das direkt in die Leere hineingeht, sich direkt mit der Leere, mit dem Nichts, mit dem Nichts verbindet. Und wenn zwei gleichzeitig in diese Leere hineinfallen, dann wird eben Einheit, Einssein kreiert. Das Positive und das Negative kommt zusammen, Einheit, Einssein entsteht, und das ist eben, wenn die Energie verstärkt wird. Alle diese großartigen Chemikalien und Hormone, die in diesem Akt kreiert worden sind, und das gibt wirklich Leben zum Körper. Und die Leute sehen wirklich anders aus und werden angesprochen, hey, bist du verliebt? Ja, genau. Nämlich, weil jetzt Oxytocin freigesetzt worden ist. Du bist in diesem Honeymoon-Zustand der Beziehung. Aber wenn das Oxytocin nach dem Honeymoon sozusagen ausschleicht, und dann genau kickt das Programm rein. Und dann sagst du, Entschuldigung, wer bist du? Und du weißt, das ist dann ein anderes Spiel. Aber jetzt, letzter Punkt, Menschen entwickeln sich zusammen, gehen in die gleiche Richtung, sie haben die gleichen Leidenschaften, sie haben die gleichen Interessen und sind in einem Prozess der Evolution und der Selbstentdeckung. Und dann werden sie eben auch ihre Energie weiterentwickeln. Und dann wird wahrscheinlich der Moment kommen, wo weniger Energie in dem ersten Energiecenter ist. Aber dann ist da so viel Energie in ihrem Herzen, wo sie sie auch gerne behalten möchten. Und daran ist auch überhaupt nichts falsch. Aber es kann trotzdem etwas sein, aus dem du halt irgendwann mal herausgewachsen bist. Aber es ist eine Entwicklung, eine Evolution und wir entwickeln uns alle. Und dann sollidamente wird das Maßnahme Also ist die Eventbruchung,